Frühdienst oder Nachtdienst? Nachtdienst. Kaffee oder Energydrink? Kaffee. Latte Macchiato. Mario Kart oder Kartbahn? Kartbahn. Strand oder Berge? Türkei hat beides. Ewig auf der Flucht oder 10 Jahre Gefängnis? Ewig auf der Flucht. Serie oder Film? Schwierig. Buch. Fahrrad oder Bus? Fahrrad. Konzert oder Comedy? Konzert. Anruf oder Sprachnachricht? Leider gerne Sprachnachrichten. Kochen oder Bestellen? Definitiv kochen. Büro oder Straße? Schwierig. Lieber Straße. Berlin oder Köln? Boah, ganz schlimme Frage. Ich liebe Berlin, aber ich liebe auch Köln. Das ist beides toll. Da kann ich mich nicht entscheiden, nein. Podcast hören oder Podcast machen? Podcast machen. Familienfeier oder Me-Time? Familienfeier. Ausprobieren oder abwarten? Ausprobieren. Traditionell oder modern? Modern, 100%. Das war's. Voll die coolen Fragen. Boah, das für Berlin und Köln ist echt so... itol. Bis zweiten Mal. ADD